Aura des Menschen Was ist die Aura des Menschen? Im Volksgebrauch ist die Aura irgendwo etwas, was ausstrahlt. Man kann sagen, diese Frau hat eine geheimnisvolle Aura. Oder man sagt, er hat eine machtvolle Aura. Hier steht eben Aura für Ausstrahlung. Menschen können eine starke Ausstrahlung haben. Und wer diese starke Ausstrahlung hat, der kann vielleicht auch viel bewirken. Dann gibt es natürlich auch die Aura als zum Beispiel Bezeichnung für Monde von bestimmten Planeten, die eine Aura haben. Oder bei der Mondfinsternis siehst du zum Teil um den Mond herum eine Aura. Oder vor allem sieht man das bei der Sonnenfinsternis. Das war die Sonne bedeckt vom Mond, aber manchmal sieht man um diesen Mond herum, der die Sonne bedeckt, eine Aura der Sonne. Aura im Yoga Im Yoga bezeichnen wir als Aura die Ausstrahlung des Pranas, der Lebensenergie. Wir gehen im Yoga davon aus, dass der Mensch nicht nur einen physischen Körper hat, sondern eben auch einen Astralkörper. Und der Astralkörper besteht aus verschiedenen Schichten und eine der Schichten des Astralkörpers ist die sogenannte Pranamaya Kosha, auch Energiehülle genannt. Und diese Energiehülle hat eine Ausdehnung von 2 bis 5 Zentimeter oder bei manchen bis 20 Zentimeter um den physischen Körper herum. Und diese Aura des Menschen kann man wahrnehmen. Du kannst sie sehen auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de Querstrich Aura lesen, findest du Übungen, mit denen du die Aura sehen kannst. Du kannst auch die Aura spüren, wenn du zum Beispiel in die Nähe eines Menschen kommst, zum Beispiel, wenn du mit deinem Partner das mal ausprobieren willst, mit geschlossenen Augen kannst du in die Nähe des Kopfes gehen. Du wirst vorher merken, wo der Kopf beginnt, ohne dass du das vorher genau spürst. Du spürst die Aura des Anderen und du spürst die Aura in deinem Brustkorb, du spürst die Aura im Bauch und überall. Das kannst du auch mit deinem Kind ausprobieren und so weiter. Aura ist spürbar. Der Mensch hat eine Energieausstrahlung, die er eben auch fühlen und spürbar spüren kann. Die Aura des Menschen kann etwas eingestrumpft sein, wenn der Mensch Ängste hat oder deprimiert ist. Die Aura des Menschen kann unruhig sein und deshalb auch andere unruhig machen, wenn ein Mensch innere Unruhe hat, wenn er vielleicht eine nach außen gehende Ängstlichkeit hat. Die Aura kann letztlich auch rot-orange werden und wie Blitze haben bei einem Menschen, der irgendwie ärgerlich ist oder voller Hass ist. Die Aura des Menschen hat also eine Ausdehnung, sie hat eine Form, sie hat eine Dynamik, sie hat auch eine Farbe. Die Aura des Menschen, dem es gut geht, ist eher hell. Die Aura des Menschen, dem es nicht so gut geht, ist eher dunkel. Die Aura des Menschen, der einen tief spirituellen Gedanken hat, kann sogar ein Lilla sein, ein helles Lilla. Die Aura des Menschen, der ärgerlich oder aggressiv ist, kann eben ein aggressives Rot sein. Das kann man tatsächlich sehen, wenn man Aura lesen, Aura sehen übt. Und es gibt ja auch heute sogenannte Aura-Kameras, mit denen man die Aura des Menschen auch sichtbar machen kann. Das ist dann die sogenannte Aura-Fotografie. Und interessanterweise gibt es manche dieser Kameras, die sehr gut sind und die dann eben auch die Aura so sichtbar machen, wie hellsichtige Menschen die Aura auch sehen können. Mehr Informationen über die Aura findest du auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de-aura Vielen Dank.